Fantastisch! Keine ausstehende Anfrage mehr war Das war aber scheinbar nicht so Das heißt, es war auf 10 Anfragen irgendwie trotzdem begrenzt und ging nicht Deswegen musste ich das am Ende umstellen Ich musste das Problem ein bisschen anders lösen Also bevor ihr meckert, guckt euch das Video zu Ende an Wir haben es jetzt auf jeden Fall so gelöst, dass es trotzdem fair für alle war Anders hat es leider nicht funktioniert Das tut mir furchtbar leid, aber das muss halt Aber lag halt am Update von Clash of Clans Das hätte so nicht so wirklich geklappt Ich hätte gedacht, wenn ich die Anfragen beantwortet habe Dass diese 10er-Regel dann nicht funktioniert Oder nicht zupackt Es war aber leider doch so, tut mir leid Es muss jetzt so klappen, wie wir es gerade gemacht haben Und dann startet jetzt das Video Ja, Hallihallo und herzlich willkommen 14 Uhr, es ist Zeit für den Meisterclans Ich bin's wieder, Matthias Mit der Runde Clash of Clans Mit der Eröffnung des Meisterclans Ihr seht jetzt gerade unten, ich hab mal unsere Leiste weggemacht Die immer die komischen Menüsachen von Bluestacks verdeckt Ihr seht die Uhrzeit, 9.58 Uhr ist es jetzt gerade Und alle, die aufgepasst haben Werden wissen, dass ich ja 10 Uhr angegeben hatte Als Zeit, 122.400 Sekunden waren's glaube ich Im neuen Jahr Das waren 34 Stunden Und das war dann eben jetzt Der 2. Januar um 10 Uhr Ich will mal gerade gucken Ich muss noch ein paar Pokale sammeln Ich hab nämlich gestern aus Versehen wieder welche verloren Ich bin selbst nämlich noch nicht auf 1.400 Aber das ist ja generell nicht weiter schlimm Aber ich muss jetzt auch erst machen Ich muss ja jetzt gleich in einer Minute das aufmachen Ich bände ihn jetzt erst wieder Das Passwort war ja Helden Das war ja einige haben geschrieben Das war viel zu einfach Das sollte ja auch nicht schwer sein Das sollte ja nur so ein kleines So ein kleiner Spaß sein Den man dann ein bisschen mit einplanen konnte Oder damit halt die Leute ein bisschen gucken mussten Und von daher War das eigentlich nur ein kleiner Spaß Alles weitere Oder Es sollte halt kein richtiges Hindernis sein Es sollte schon jeder die Chance haben Aber man sollte halt kurz was dafür tun können Ja, ihr seht jetzt hier nochmal alle Übersichtlichen Sachen Die Regeln werde ich nochmal neu schreiben Oder die Beschreibung bei Gelegenheit Ich geh jetzt auf Anpassen Der steht auf 1.400 Ich geh nur auf Einladung Und werde dann gucken Alle die sich bewerben mit dem Passwort Werde ich reinlassen Jetzt sind wir wohl 10 Uhr Speichern Öffnen Und ab geht die Party Hoffentlich Wollen wir gucken Ja, da geht's los Ich möchte den Klamen beitreten Er hat schon mal nicht aufgepasst Ablehnen Helden annehmen Helden annehmen Helden annehmen Helden annehmen Hero Stimmt nicht Helden annehmen Ich möchte den Klamen beitreten Nein, stimmt auch nicht Ich lehne die mal nicht ab Ich lasse sie mal so Hm Wie viel haben wir jetzt? 6 haben wir erst Okay Ein paar können noch So ein Ansturm ist es also scheinbar nicht Wie sich einige vielleicht Befürchtet hatten Es sind ja noch nicht mal 10 Sind Ja, nur 6 Bis Ja So Oder wie meint er das? Muss ich jetzt die anderen erst ablehnen 6 sind drin Plus 1 2 Die ich nicht angenommen hab Einen hab ich abgelehnt Es sind 9 Also Daran kann's schon mal nicht liegen Aber ich Lass die jetzt einfach mal so wie sie sind Ja Ja, jetzt könnte eigentlich noch was kommen 6 von 50 Ich weiß nicht, was jetzt hier los ist Hm Scheinbar War Es doch Nicht so ein großer Ansturm Freddy sagt Ich soll's auf jeden Fall aufnehmen Damit wir das Beweisen können Wie's passt Scheinbar Wollten wohl doch nicht so viele rein Die Chance war dann auf jeden Fall da Jetzt kann keiner sagen Er wurde Nicht angenommen Jetzt hätte ich natürlich auch die ohne Passwort nehmen können Aber dann wäre das ja im Nachhinein unfair gewesen Das Scheint jetzt so zu sein Okay Ich Warte jetzt mal kurz Damit wir gucken können Ob da noch was kommt Weil wenn's jetzt nur 6 bleiben Ja, keine Ahnung Ja, was mach ich denn? Will keiner mehr wahrscheinlich Ich weiß es nicht Warum Warum keiner mehr mit reinkommt Oder keiner mehr reinkommen will Weil wenn ich die Anfrage Nicht aus Versehen Auf die Verlassen-Taste Kommen sollte Dann ladet mich mal Bitte wieder ein Ja Es ist immer noch auf Einladung Ja, ist es doch auch Das war ja auch der Sinn der Sache Dass es auf Einladung ist Dass die Leute sich bewerben sollen Mit dem Passwort Das war der Sinn der Sache So Soll ich welche vom Global holen? Ne Ich würde sagen Wir warten mal eben noch ein bisschen Ähm Und Und Lass mal abwarten Lass mal abwarten Es haben ja irgendwie Unter dem Video auf jeden Fall 700 Leute das Passwort runtergeschrieben Also von daher Müssten es auf jeden Fall genug Leute wissen Ich weiß nicht Warum jetzt doch keiner kommt Oder ob dir Einer hat mir zum Beispiel gesagt Er dürfte nicht Von seinem anderen Clan weg Oder so Das kann natürlich auch immer sein So Immer noch keiner wieder Das Habt ihr kurz Befehle benutzt Was Ähm Ja Jetzt würde ich sagen Das weiß ich jetzt gerade nicht Was hier noch so passiert Können wir mal Soll ich mal nochmal gucken Ich versuche mich jetzt mal eben auf 1300 schon mal zu farmen Ich brauche mal jetzt irgendwen Mit ein paar Pokalen Während wir dann drauf warten Das wir sehen Das ist ja klar noch voll Weil mit sechs Leuten brauchen Das ganze ja nicht starten Das wäre natürlich dann Ein bisschen mau Aber vielleicht haben die meisten Oder vielleicht haben viele Da keine Lust drauf Ich weiß es nicht Eigentlich haben es ja relativ viele Kommentiert Ich suche jetzt mal eben irgendwo Hier Rathaus draußen Naja Nicht wirklich Ist auch egal Ich will jetzt mal eben Ein, zwei sichere Sachen Wenn ich jetzt auf die Schnelle was finde Während wir noch ganz kurz Eine Minute drauf warten Dass der Clan Voll wird sozusagen 10 Uhr War ja auf jeden Fall Die Zeitansage 18 Pokale 400.000 Ja Wenn ich hier jetzt in die Mitte Ja gut Das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich Dass ich jetzt hier nur so Truppen bei hab Schalten wir mal irgendwie Go Viper oder so Dann wird das was bringen Aber ich hole mir zumindest mal Das Rathaus hier Komm was soll's Mal auch ein bisschen hier Mal einen Riesen da hinsetzen Als Als Köder für die Kanone Und dann können die anderen Sich der Ruhe Ums Rathaus kümmern Hier ist ja ein bisschen was Zumindest In dem Sammler Aber das lohnt sich auch nicht Weil er noch relativ tief ist So wie ich das sehe Von daher Naja Sollen wir es einfach probieren Komm wir setzen uns jetzt einfach Den Rest hier ab Und gucken ob wir nicht noch was Reißen können hier Ein Kobold haben wir noch Und dann hauen wir einfach mal ein paar Bogenschützen Jetzt hin Ist jetzt egal Vielleicht holen wir uns ja noch das ein oder andere Stückchen Gold Wenn wir jetzt hier einmal so eh schon mittig sind Können wir ja mal testen Ob was dabei rumkommt Und wenn nicht ist dann auch egal Ah ich hab vergessen den König zu zünden Scheiße Probieren wir es jetzt einfach Die kriegen natürlich da durch den X-Bogen Ziemlich auf den Sack Aber mein Gott Was soll's Jetzt können wir uns da zumindest ein bisschen Kein Elixier holen Okay Das war mit den Truppen natürlich Abzusehen Dass da nichts bei rumkommt Das War mehr oder weniger klar Jetzt haben wir eher Pokale verloren Anstatt noch welche zu gewinnen Aber ist denn jetzt auch wurscht Ich muss mich ja sowieso Jetzt dann demnächst hochfahren Ne doch sechs Stück können wir sogar Ach wir haben das Rad auch sehr gepackt Hehe Klar Ähm Und dann Gucken wir mal So 23 ist jetzt noch wieder dabei gekommen Nein Was ist denn hier los Ich verstehe das nicht Hm Ja Das ist jetzt natürlich die Frage Belohnen wir jetzt die beiden Die noch hier waren Dadurch dass keiner mehr dabei kommt Hm Was ist das denn Warum Ja Hätte ich gedacht Es kommt mehr Aha Gut Ähm Ich würde sagen Wir machen an dieser Stelle Einen kleinen Cut Und werden Ähm Uns da nochmal kurz melden Gleich wenn wir hier ein paar mehr haben Oder so Ich bedanke mich fürs zugucken schon mal Ich melde mich gleich wieder Bis gleich Ja da ist Ich melde mich nochmal kurz zurück Und zwar haben wir jetzt ja glaube ich gerade das Problem gelöst Also ich hab das ein bisschen Mit den Anfragen Falsch verstanden Ich dachte man könnte jetzt Weil da jemand schrieb Wenn die zehn Anfragen da sind Ich dachte wenn ich die annehme Zählen die nicht weiter Aber das ist wohl auf den Verlauf im Chat bezogen Zehn Anfragen Ähm Um Spam So von meiner Spam Vermeidung Ausstehende Beitrittsanfragen sind jetzt auf zehn pro Klaren begrenzt Aber ausstehende Beitrittsanfragen Aber da ich die ja angenommen habe Werden das keine ausstehenden Sind das keine ausstehenden mehr Warte mal Dann hab ich doch eben recht gehabt Ausstehende Steht Ja da Die die ich angenommen Weil wenn ich welche angenommen habe Dann stehen die ja nicht mehr als ausstehend Da wo zum Beispiel steht Äh Hier wurde in den Klaren aufgenommen Das ist ja keine ausstehende mehr Die einzige ausstehende Anfrage Oder die ausstehenden Anfragen Die wir noch haben Sind Von Lukas160 Der Das Passwort nicht angegeben hat Und von Oskar Der das falsche Passwort angegeben hat Das sind ausstehende Anfragen Meiner Meinung nach Dann hatte ich nämlich doch recht Weil die jetzt sagen Das liegt daran Ähm Die Frage ist jetzt Was machen wir Äh Wie machen wir das Dass das irgendwie gescheit läuft Sollen wir jetzt testen Äh Sollen wir jetzt testen Ob ich ihn einfach aufmachen kann Oder sollen wir einfach jetzt die annehmen Die da sind Ich weiß es nicht Es wird eh Wenn ich jetzt die annehme Die hier auch schon sind Dann kriege ich wieder Ärger Wegen dem Passwort Wenn ich sie nicht annehme Gut dann ist egal Und wenn ich sie Wenn ich Ähm Jetzt quasi Äh Keinen mehr annehme Dann haben wir nur sechs Leute Sonst kommt gar keiner mehr Ist offen für alle Sonst kommt gar keiner mehr Ja ich weiß es doch auch nicht Keine Ahnung woran das liegt Das kann aber Also Warte mal Ich hab ne Idee Komm wir machen mal auf Obwohl ne das ist zu tief Sonst haben wir Leute Die es nicht schaffen Komm wir testen es mal ganz kurz Ob das dann schneller geht Wenn es dann daran liegt Dann müssen wir uns das überlegen Dann hat uns äh Quasi Clash of Clans Ein Strich durch die Rechnung Damit gemacht Wir testen das jetzt mal Obwohl ne Dann kann ich aber lieber Ich mach ihn jetzt auf Offen für alle Nehme auch die anderen beiden An die unten drunter sind Und wenn ich es dann Irgendwie noch hinkriege Dass wir das doch mit dem Passwort machen Dann Werde ich hier halt nochmal Wieder aussortieren Oder wie auch immer Ich weiß es nicht Ich mach jetzt mal ganz kurz Auf offen für alle Ja So geht es nämlich los Sagte ich mir nämlich schon Ja Okay Soviel dazu Also dann hat uns da Auf jeden Fall Clash of Clans Ein Strich durch die Rechnung gemacht mit den Anfragen Ähm Da hat es Quasi scheinbar Nicht funktioniert Jetzt schreiben sie hier Alle das Passwort Okay Dann soll es okay sein Es tut mir leid Dass es nicht anders Funktioniert hat Äh Ich Kann da nichts für Ich weiß nicht Woran es liegt Na jetzt gehen die In der ersten Show Wieder raus Ich weiß nicht Warum das jetzt lag Da stand ausstehende Freundschaftsanfragen Das heißt Meiner Meinung nach Die Dinger die Angefragt wurden Ähm Und nichts Die Also die beantwortet wurden In meiner Meinung nach Nicht mehr ausstehen Von daher weiß ich es nicht Ob das jetzt daran lag Ähm Müssen wir dann halt so hinnehmen Dass das nicht so ganz Funktioniert hat Mit dem Passwort Ich hätte gedacht Also ich hätte das vorher gelesen Mit den ausstehenden Anfragen Und hätte gedacht Deswegen wenn ich die dann Beantworte Dass da neue kommen können Dass da neue Anfragen kommen können Und irgendwie hat das Ist aber nicht geklappt Und von daher Müssen wir jetzt mal gucken Dass wir das jetzt hiermit Durchziehen Jetzt haben wir 49 Dann kommen wir nochmal ein Ich mach das jetzt wieder Auf offen für alle Ne auf Auf einer Ich will nochmal testen Ob jetzt nicht doch noch Was kommen kann Ja guck Jetzt funktioniert es auf einmal Ich möchte den Clan Ich möchte den Clan beitreten Das sind aber jetzt alles Keine mit dem Passwort Ah ey Komm jetzt machen wir nochmal Damit jetzt alle Die gleiche Chance haben Ab jetzt hat jeder Die gleiche Chance Wenn irgendwer raus Ach was mach ich denn Ist mir jetzt egal Ich kann es ja leider Nicht ändern Ich hätte gedacht Es klappt besser Mit den Mit den Bewerbungen Damit das so läuft Ich mach jetzt erstmal Feierabend Auf jeden Fall Ich bedanke mich fürs Zugucken Ihr seht Jetzt hatten alle Die gleichen Chancen Auch mit dem Problem Da konnte ich halt jetzt Nichts für Dass das nicht funktioniert hat Es steht ja definitiv hier Keine Aus Oder Zehn Ausstehende Anfragen Und wenn ich die beantwortet habe Sind die halt meiner Meinung nach Nicht mehr ausstehend Deswegen hab ich gedacht Das würde funktionieren Tut es leider nicht Deswegen haben wir es jetzt so gemacht Dann war die Mühe Mit dem Passwort halt umsonst Kann ich aber jetzt nicht ändern Ich bedanke mich fürs Zugucken Und dann seht ihr morgen Wie es weiter geht mit unserem Clan Danke fürs Zugucken Bis dahin Gebt noch mal oben Und tschüss Und dann geht's